hallo und wieder recht herzlich willkommen zu von ort 76 mit firaxo und ich kann endlich wieder pilze sammeln heiko hat eine radio gefunden ja martin wie heißt die karte dem wachsen die leuchtenden adamant zum skelett level 2 ich habe das ist ein aber das wird ihnen glaube ich nicht nicht viel helfen das kann ich wieder film zu sammeln das ist doch dass wir hier lang oder war der startkurs laufen ab ja 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 das ist 24 stunden alter stadt der stadt wurde das finde ich schade die halten geht es dann stimmt das finde ich sowas von gemein aber es ist logisch ne die wange jetzt gehen wir doch wieder raus oder haben wir jetzt schon das wir haben die schlüssel nicht gefunden nee ich bin so weit nicht gekommen weil hier für die heftigen viecher hier das war auch ganz schön heftig ja ach ja die wir sind hier ach so gut wer wieso ist es in die luft geflogen oder war ich habe ich habe mir eine granate geschmissen was habe ich gemerkt war nicht wahr so ist ein gesundheit sieht doch ziemlich gut aus ich habe mit anpacken ich habe nämlich was schon gut mein glück was hast du alles gut ich warte soll ob jetzt kann ich noch etwas verloren ja ich habe keine step-packs deswegen ich habe ein gebräunig alles gut denn die ich alle tue die dinge ich habe keine pilze sagen dass da auch normal hier was ist denn alle pilze kann ja einige aber nicht alle wahrscheinlich sind besonders also hören gut was ist schon wieder eine granate sehr schön und irgendwie mal was drin nix dabei sauererei das wird immer so weitergehen das habe ich schon ganz komisch okay so ach Gott ein Level 8 ein 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 das die ist ja noch nicht tot hier diese tollfühlskralle ne leider nicht soll ich noch mal der könig 40 ok warte mal ich lass mich ein bisschen aufweichen ein paar granaten ach wenn je Ja, den haben wir schon gerichtet. Ja. Alassmarke ist nur die E-Klasse. Oh, ich komme nicht hoch. Der hat sich nicht lieb. Nicht genau. Du willst nicht losgehen. Was ist denn hier? Endlich, meine ich... Dann nur ein Trockenmeyerlochfleisch. Ja, fast nichts. Der hat sich gar nichts noch an. Ach. Die Arbeit ist nur zu gleich. Das fühl ich nicht. Ich stelle mal, wo man welche ganz allein sind. wahlhör auf alleine jetzt kann ich wieder Pilze sammeln ach so mal die Höhle ist riesig die sind bei gar kein Ende weil der Todesklaue ist 26 aber die hat uns noch nicht bemerkt oh lecker oh Gott oh nein oh nein okay scheiße scheiße alter ist das Ding heftig das war heftig toll das war heftig alter was war das für ein Viech gewesen ja das war glaube ich immer noch dasselbe Vieh das hat sich nur weiter ins Innere verzogen aber hatte das andere nicht 50er Level gehabt? ne ne das hatte auch 50er das war genau das legendäre Drecksvieh oh Gott ey oh leute das ist aber nochmal 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 die Reise in den Abgrund ja ja klar ich brauche meine Tüte scheiße wenn überhaupt in den Höhen da muss ja jeder vorbei an die ganzen Viecher sag mal ne ganz bescheidene Frage ja wo sind die Camps? welche Camps? na die die unsere Lage ja also Thorsten deins ist über meinem und ich finde es gar nicht ich sehe es nicht mal ja wird ja immer äh wird ja immer äh maler misteriöser so so das ist aber witz also dass du da nicht mehr also also ich bin so wieder beim ganz herrlich ich finde das Spiel ist lang genug äh auf dem Markt äh da soll sich solche Sachen echt nicht mehr geben ne also jetzt könnte Ritter sein also der Meinung bin ich auch das das also sowas zumindest nicht oder? ja kleinere Fehler kein Problem ja ja kleine aber nicht solche im Schnitt hast du Feiko? halb Feiko? ich renne dir auch hinterher alter alter das ist ein stark maaaann ich merke mich doch nicht das ist ne Kampfmaschine verdammt das ist so Rocky oder wie genau Gott das fiegt mich auf wenn er denkt also das mit drei Honks die in der Höhle kommen was wollen die denn von mir die rutsch ich weg was wollen die denn wo bist du? du bist drin ne? du bist drin ne? oh Gott ja ein Bein fiel ey stellt euch vor das alleine jetzt ist mein Camp wieder da mag das aber ein Witz oder was? ja das ist gut gebacken nein schon seltsam die Welt ist untergegangen ich glaube ich spreche das zum ersten Mal aus ich höre noch eine Ruhebahn klingt seltsam nachdem die Bomben eingeschlagen waren suchten die Leute nach Antworten und ich sagte ihnen keine Sorge hilf ist unterwegs ja ich hab mich ja flattern jetzt ist mir klar geworden wer hat die denn nicht? der Winter war brutal wer hat die nicht? der fing ein paar Wochen nach den Bombeneinschlägen an und scheint nicht wir lieben sie die Flattern ja was haben wir hinbekommen was haben wir ihnen den Fingernagel abgebrochen oder was? ich kenne diese Höhle noch aus der Grundschule genau eine Kralle angekratzt ja damals hatte ich furchtbare Angst davor jetzt ist sie das einzige was unserem Leben hält wir bleiben hier um die Kälte zu überstehen danach gehen wir wieder raus die Männer vertrauen mir also ich habe meine Tutte ich habe meine Tutte die mich nicht entäus rocking sich da wo wir gestorben sind ach鳥 jetzt es ist schon eingetreten aber warte jetzt muss機 وت火砂 na toll Fol겁 was Stripe dauert was...was trinkst der damit? es ist so amig oh mein Gott wie viel Tunnell das ist doch nur eine Armut hopper haarn ал 50 oder ob es noch so viel auch wieder droht weiß zwei schläge schon kippig um jetzt alle verstorben ich laufe weg die feigen laufen weg drei mal verstorben das ist ja wohl böse aber level 50 jahre probleme stelle ich mal vor alleine das geht gar nicht das ding auch noch so wendig ich bleibe jetzt hier lass es nur lieber diese beiden häuser entdecken ja ja das uns entdecken oder ich finde das auch gut ja wir sollten vielleicht noch ein bisschen mehr level und dann noch mal runter gehen weil wir ja mann kommst du raus ich bin ruhig raus martin traurig ruhig raus mal das geile ist wirklich das film nicht nachgelaufen also das hat euch gekillt und ich bin dann weggelaufen und das ist ja auch noch weil der Held weil der Held oder die absoluten da auch die Gruppe weiter da kommt es tut mir leid aber ich hätte euch nicht helfen können und ich bin hier als Grund Prozent ordnete Kastricht schlafen aber auch da kannst du nichts machen nirgst nichts machen die sich weg und dann stimmt das bringt dann muss man auch einsehen das ist ja böse ja das war ich böse böse aber auch interessant ja oh man ey 50er level ja aber das ist so ein geiles teil ja das ist ein richtig geiles teil ich würde es auch gerne erlegen aber irgendwie naja okay Leute ich bin mal dafür dass hier die heutigen direkt hier nebenan einfach mal entdecken die noch gut ist unentdeckt sind und da gibt es mal ein paar Kürze und Kürze okay für uns für uns Martin führt in den Tod und ein Führer Eure ich hatte was von Ratio Korn dabei so traditionale Farm was ein geiles Finale umgeschaltet das kann ich dir sagen böse böse man kann ja nicht immer ich leide schon wieder in Flattern � Oh ein Baumstand Entschuldigung Entschuldigung Schönen ja ich geh jetzt einfach hin in die Hütte rein Ach der ist schon an der Hütte glaubst du es denn ja hier sind ganz viele Wölke oh ein grüner 1,50er, natürlich. Warte mal. Mag ich weg sein? Ja, vieler nach Freizeit. Ja, ich wollte helfen. Oh, danke. Alter, eine ganze Armee. Ja, nur eine gewerne Artenmeer. Schade. Der ist verkrüppelt. Ich bin fertig. Komm mal, du krüppel. Ja, ich meine Wolf. Zuschauer hier, was möchte ich verstehen? Das ist nur die Wolfgleich. Woher? Mit dem Radio. Das ist Wolfgleich, ja. Was ist das? Handgefährte. Ich bin schon wieder fett und voll. Oh, wie krass sieht das denn aus? Was, die grüne Pampe hier? Der Plasma? Das fett ist ja auch fast. Ja, das sieht geil aus. Ja, das sieht geil aus. Alter, Alter. Der Level 30 läuft. Der kriegt auch richtig raus hier. Oh, hier steckt einer. Genau der. Okay. So. Ja, hat sich das gelohnt? Egal. Guck mal, guck hier. Ah, schmutzige Trotz. Das schmeckt. Oh, lecker industrielles Backfett. Mhh, lecker. Mh, lecker. Mh, lecker. Mh, lecker. Mh, lecker. Mh, lecker. Martin, gehst du mit deinem DG-Genossen auch immer aus. Zusammen aus. Also. Okay. Was denn? Was denn? Was denn? Was denn? Also. Was? Ne, ne, guck dich gut. 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 Ja. Warte, geht gleich los. Kann ich auch als bekannt machen? Was? Wem? Hä? Geht gleich los. Geht gleich los. Also. Kann ich es auch als bekannt markieren? So. Pass auf. Ich weiß jetzt mal. Die Rezepte. Das kannst du alles wegschmeißen, ne? Ne. 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 Aber die Bekannte. Ja. Habe ich mir schon gedacht. Die Bekannte kann man die wegschmeißen. Das habe ich nicht gewusst. Okay. Ja, kann man das? Das weiß ich nicht. Das stimmt. Aber. Denke ich mal. Ich bin so ein bisschen sicher. Ja. Aber ich muss das echt erst mal finden. Ich denke mal schon. Das hat ja so nicht keinen Sinn machen, ne? Richtig. Die Rezepte. Ja. Rezept. Was, äh, was wollte ich, was hatten wir denn jetzt für ein Rezept gehabt? Keine Ahnung. Irgendwas, äh. 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 Was? Habe ich aber nicht. Ach so, ja. Ich gucke mal. Rezept. Leckeres. Ratzkorpion. Friederbärenbusch. Meierlöck. Ich leider anflattern. Hör doch auf, ey. Der lügt doch schon wieder. Und ich habe keine Stimplex mehr. Das weiß ich selber. Ich muss ja hier kochen. Das man hier nicht kochen kann an diesen Dingern. Das ist auch ein bisschen. Bauplan, Bauplan. Äh. Ich habe viele Baupläne. Bekannt Rezept. Mutantenhunde. Mutantenhunde. So heißt das. Wie sieht es aus? Da muss aber oben gucken. Unter bekannt. Bekannt Rezept. Mutantenhundeindruck. Ach so. Bekannt. 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 Brandbestienfleisch. Meierlöck. Fliederbärenbusch. Und Ratzkorpion. Und alles andere sind Baupläne. Werbeplakate. Und was weiß ich was ich alles bauen kann. Wo ich gerade Baupläne nicht hier sehe. Ich habe erstmal Baupläne jetzt gehört. Ich habe ja auch so viele Notizen. Ja. Das ist gar nicht mehr du. Du? Das ist gar nicht mehr du. Ja. Aber nicht ein Rezept. Nächste Hütte. Ja. Nächste Hütte. Nächste Hütte. Nächste Hütte. Nächste Hütte. Nächste Hütte. Viel Gut. Ja. Ja genau. Toll. Warte ich will mal an die obere Etage gehen. Achso. Gibt es da eine? Hier gibt es doch eine obere Etage? Ja. Okay. 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 Dann weiter geht's. Wieso man da oben nicht rauf kommt verstehe ich natürlich nicht. Wer schießt hier? Wir können los. Wo müssen wir hin? 80 meter und während der boote da kann muss reinmischen doch ich gehe langsam ich bin ja nicht irgendwie ist mir wieder was zu viel was der antike globus wiegt 1,5 was erlauben ich habe den knickel verstaucht jetzt bin ich jetzt ich bin einfach zu fett wieso habe ich schon wieder also ist denn das zu fassen was bestimmt sein hammer molotov koppelte wie ich doch nicht viel warst du da haben einer nicht aber 30 hat nur ein und wie viel granaten hast du auch keine deswegen schmeiße ich die immer schon weg sowieso du kannst nicht schnell reisen weil du zu fett damit durch das wahrscheinlich hier gleich irgend so ein jaja level 200 gestorben ich habe noch was gesammelt ob es euch sind ich habe dich schon lange nicht mehr wussten gehört das sind seine ganz gut ist meinst du nicht in der richtung ist das ist meine ich nicht wo ich bin ja auch ja vor allem auch schweilen alt ich bin gleich ich weiß dass ich tot bin ich weiß ich bin so auch rein ich bin tot und ich noch nicht aber gleich ich habe mir das nur gesagt ja die wässe steppe ich komme ich komme ich komme ich hoffe ich hab's dir noch ein nein ja alles gut ja ich bin auch wirklich ihr seid alle tot ich bin gerade tot gegangen los und aber das ist dann warum das doch gleich wo wir das fichern er hätte granate weg das war es glaube ich ja alle weg oder war das sind die alle weg ich will keine plasma kartusche haben alles mögliche wegschmeißen auch ich war auch nicht weil ich kann hier sind wir auch hier eine alte red hatte ein maulhofszehnen doch der ist da oben da weiter hat erstmal was das zu bereichen kann so alle die sein hat für die gleiche leder es ist ja verdammt ist dann wieder mit katzenfleisch ist auch lecker es gibt hier auch katzen spiel aber die werden noch und sind alle artig und ich habe auch keine davon erschossen nicht alles auch gut so und ich würde es auch niemals tun alex hat einige ok ich habe ja noch durchaus mini atombomben der springst du hier rauf und springt sein leben ich hatte eine katze das ist ja nicht so wichtig und dann hat das ganze entnehmen und heute kattelt das er so getrunken wirklich heute kannst du die lösung der beteiligt 3 angeblich tut was ist zum kathlin Schatzkarte, Schatzkarte. Auch so. Ah Leute, hier ist ja richtig viel Fleisch. Rezeptfeuerhund. Hatte ich noch nicht. Ähm. Alle Nahrungsmittel. Jetzt erstmal was kochen hier. Von diesem ganzen Snalligaster-Kram. Oh, ein Save. Oh, mein Save. Oh, du zerstörst immer deine Tastatur. Das versteh ich auch nicht. Döner. Das gekochte, das bleibt, ne? Das verdirbt nicht, ne? Äh, ich glaube, das verdirbt auch nach einer Zeit. Hör doch auf, Mann. Habe ich wirklich das Gefühl. Ja, weil ich habe immer, wenn ich lade nach einer Woche, dann habe ich wieder verdorbenes wieder im Inventar. Katzenfleisch. Nicht verdorbenes Katzenfleisch, aber... Das kommt so kurz mal nicht. Ich hab's ja nicht geschlachtet. 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 Aber so leckeres Katzenfleisch, also... Mein Liedermann da. Ich hab ein paar Granaten. Da kann ich nicht mehr stehen. Das ist schon lecker. Das ist schon was Besonderes. Ich hab noch ein paar Granaten. Echt jetzt? Ja. Du hast mit deinen Granaten heute sowieso... Was wieso? Was denn? Hör bloß auf, bleib mir bloß fern mit deinen Granaten, ey. Ja, ich wollte doch nur die Gegner runterbringen. Danke. Vielen Dank. Hast du... Das mal Granat ist richtig geil. Mit 200 Schaden ist das schon nicht geil. Ja, aber es gibt hier doch angeblich keinen Teambeschuss. Aua. Ja. Angeblich gibt es keine. Angeblich gibt es ja keinen Teambeschuss. Ja, außer, aber die Granaten... Ich werd auch immer gewarnt vor... Befreundeten Granaten. Also müssen die gefährlich sein. Geh ich mal schwer von aus, oder? Ja. Ja. Keine Ahnung. Ganz ehrlich. Keine Ahnung. Hör doch auf. Ganz egal. Das ist immer zu viel. Und noch eins. Ich leidere Rot devices. Ich war nicht mehr als uns. Das habe ich auf die Computer genommen. Und das geile Fleischküche ist natürlich nicht mehr. Nur an Herz. Aber so Blähfliegen war gut. Das soll ich mir machen schon ja? Ah, ja! Aber ja. Ist das echt. Das ist gesund. Die Multifizid auf büller. Ja, das stimmt. Das ist richtig. So, was stimmt. was ist denn hier so schwer wie der na klar der ist aber lecker gut dass man jetzt stein haben und viele stufen messer das heißt ich habe viele wochenenden dafür zeiten zu schärfen ich habe hier noch ein leckeres katzensteg ich habe eine wackelpuppe gehabt jetzt kann ich wieder laufen das war ein kilo wie ich eine wackelpuppe die motion auch warum ich den soll das ist verdorbenes gemüse hat noch kurz still hier verdorbenes gemüse nein vielen dank vielen dank für das verdorbenes gemüse gerne aber die patroon hat hoffentlich gefunden habe ich das gemütliche fressen natürlich so ist die nächste hütte die wir fressen wollen das wettbewerb auf die beiden hütten das war alles die erste bieten gehabt leider nicht mehr hast du nicht zu bieten leider nicht erstmal nicht was ist denn das für eine komische tür ich gucke da und auch so eine komische tür darauf auf was ist denn das ja immer da ich auch mehrere ich habe mehrere türen fließt oben so es geht zeiko hat sich entfernt von unserem lager arrogan wie er ist nein ich bin vorbei eingebildet wie er ist hat er sich ja ja ganz bestimmt was ist er von unserem lager entfernt rattischfleisch ganz bestimmt wieso bin ich schon wieder so schwer weil ich schon wieder zu viel fressen eingesammelt habe halt war schon heftig rattischfleisch na klar 1,4 kilo hör doch auf ja es sind wirklich diese mutierten piecher schon heftig wenn man. Achtung. verdестеfleischäre, dass das schon lecker ist die folge ist verugal icable wo habe es geschafft ja da unten ist wir alle lager da unten tschüss tschüss myself commander